Hallo Freunde, hier ist der KCFZGamer mit dem Starkiller 5.7. Ja, hallo. Ja, ihr werdet euch fragen, was ist dat hier? Ihr könnt's euch sagen, weil ich kann kein Englisch. Tja. Ja, das ist die Adventure-Mag Logico Demo steht hier. Aber das ist, denke ich mal, die richtige Map. Also die komplette Map, weil auf der Seite steht nämlich nicht Demo. Ich bin schon da. Also hier sind ein paar Rules, also Regeln. Ätna, Rules. Oh Gott, Copyright. Ähm, ja. Gut, die Regeln sind also kleine Cheats. Was wir sagen, Peaceful spielen, dann... Äh, jo, warte, ja. Also wir dürfen nur Redstone-Lampen, also Redstone-Fackeln zerstören. Ja, und wie ihr seht, wir sind auch im neuen 1.3 Adventure-Modus. Wir können also hier nichts kaputt machen. Ja, hier... Was irgendwie sinnlos ist, weil ich kann den eh jederzeit ändern, aber wir sind ja keine Cheater. Also... Öhö, nein. Ähm... Äh, also dann die... Die roten... Also die... Redstone-Torches, die auf roten Wolleblöcken, denke ich mal. Also... Auf diesen Dingern, denke ich mal, da die hier. Oder ja, weil... Auf blauen Torch-Haltern platziert sind, sollen wir auf roten platzieren. Oder dürfen wir auf roten platzieren. Und... So, ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon checken. So, gut, okay, passt. Also wenn ein Torch-Halter dann... Die Torch wieder zurückgibt, sei sicher, du kriegst sie. Steht da jetzt. Okay. Ja, ich verstehe, wie du sagst. Kein Englisch. Was, was, was will ich damit? Ich hab keine Ahnung. Ich verstehe das nicht. Ja, also dann... Sei sicher, du hast das... Äh, hast... Das Text-Shabec von V... Äh, F... V-Discos. Also das COD-Text-Shabec. Das ist das, was wir jetzt hier haben. Ja. Höhlen-Sound. Ähm... Meine Güte, der Bahnhof ist aber wieder gut. Und dann halt noch, wo man es finden kann. Okay, ja. Ja, ist ja jetzt auch egal. Jetzt fangen wir mal an hier eine volle Minute los. Fangen wir mal an. Wasch, wir rennen einfach mal wild drauf, los. Sind hier im ersten Raum. Übrigens, es ist seine Schuld, dass ich das jetzt hier spielen muss und aufnehmen muss. Also, beschwört euch nicht, wenn irgendwann mal LPD ausfällt. Fällt doch nie aus. Darf mal einen Sprinten? Ja, man darf Sprinten. Ja, das wäre mir jetzt auch egal. Ist ja 1.3. Okay. Bäh. Hilfe! Ich fall schon. Oh, geil. Genau, ich fall hier einfach mal runter, was mir aber völlig egal sein kann, weil ich eben peaceful bin und daher generiert sich meine Dinge wieder nach. Übrigens, ihr dürft's mir nicht übel nehmen, wenn ich hier immer runterfall, weil ich bin schlecht im Adventure-Zocken. Kann ich nicht. Aber wir versuchen uns einfach mal da... Achtung, nicht weiter gehen. Ja, ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Ja, wo müssen wir jetzt... Was ist das hier eigentlich für das blaue Zeug hier? Keine Ahnung. Hm. Ich geh einfach mal da runter. Autsch. Joonimo! Joonimo! Ah! So. Jetzt kommen wir noch mehr raus, oder? Ich muss ja auch so dumm sein, dass ich die Däher springen kann. Ach geil, ne? Du gehst zuerst in die Lava. Ja, aber dann kommen wir aber dann spawnen raus. Was sind spawnen? Ich bin egal. Nein. Ich will nicht sterben. Okay, wir beginnen hier gleich mal mit nem Fail, okay. Ja, hier kommen wir anscheinend echt nicht mehr raus. Das ist ja mega nager Kaka. Ja, und jetzt? Spring! Nee, ich spring nicht. Ich spring nicht. Doch, du springst jetzt. Okay, warte, ich springe. Dein Lava. Oh, der PC hat sich grad aufgehangen. Hä? Komm, ich mach einfach. Okay, Hilfe! Oh, nein! Nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Ach, nö, jetzt. Nee, nein. Okay, jetzt muss ich wirklich mal ganz kurz in den... äh, creative gehen. Äh, creative gehen. Weil sonst wenn wir jetzt hier die ganze Zeit nur gestorben. Äh, Hilfe, wo geht's jetzt hier lang? Hallo? Verdammt, was ist das für die bescheuerte Map, ey? So blöd jetzt. Was ist denn da, ist auch da hinten? Hä, da ist es. Okay. Okay, warte, dann werde ich mal ganz schnell den Spawnpunkt darüber versetzen, falls wir nochmal sterben müssen. Aber mal ganz ehrlich, wer denkt sich denn sowas aus, bitteschön? Dann müssen wir das Dach nicht haben, egal. Also sieht man mal nicht mehr von außen. Ja, jetzt sieht man das ganze mal von außen, das ist auch ganz nett. Also die ist nicht grad groß, aber naja. Ja, gesteckt wurde für Arbeit, auch wenn ich diese Redstone-Schaltungen hier sehe. Ich glaub, da würde ich das Heulen anfangen, wenn ich das bauen müsste. Ganz ehrlich, also Starkiller, such mal den Eingang, weil ich weiß, wo es umgeht. Ja, warte, ich tp mich einfach zu dir, tp st. Musst du das Dach wieder zumachen. Okay, warte. Warte, wie hat der Ton grad gehangen? So, t-slash-set. Hä? Was jetzt? Spawn, was? Jetzt? Genau. Time-slash-spawn, dann bist du wieder hier. Ich hab mein Game-Out geändert und bin gestorben. So, jetzt sind wir wieder im Adventure-Modus, wie man hier sieht. Entschuldigung für den ersten Fan, aber jetzt geht's richtig los. So, jetzt aber. Nochmal. Dass es hier keine Schilder gibt. Naja, ich nehme das jetzt ja auch mal in Full-HD auf. Ich seh aber grad, das sind sehr viele Bilder, das ist sehr blöd. So, bevor wir jetzt wieder hier runter springen, bringe ich mal ganz kurz hier rüber. Okay, der Server lackt auch, das ist auch schon mal gut. Ja. Das sind natürlich die besten Voraussetzungen für die Aufnahme, dass alles schön rumlackt. Natürlich auch C, der PC macht alles einwandfrei, wie es halt auch im LPT ist. Aber da kann ich das Texture-Pack nicht benutzen, weil es heißt, ich soll das hier benutzen. Warum auch? Ja. Sieht scheiße aus. Naja, es geht. Okay, ich hab nen Knopf gefunden, da drücke ich jetzt. So, wo bist du hin gesprungen? Ich bin hier drüben, wo bist du denn? Hier drüben bin ich. Spring einfach auf die... Naja. Okay. Dann drück mal. Ah, okay. Sowas so gemeines. Was gibt's denn hier alles? Mögliche. Ich denk mal, wir müssen aber den Knopf als erstes drücken. Ja, hab ich doch. Ja, ich mein, da drüber kommen. Wie kann man sich abkühlen? Ah, schön kühl. Hm. Du sollst nicht baden, du sollst mir helfen, hier weiterzukommen. Ja gut, dann... Also du musst drücken und ich muss wahrscheinlich... Was geht da überhaupt? Die Dinger hier fahren raus. Ach, du bist wieder zu langsam. So, wie geht's jetzt hier weiter? Jetzt stehe ich hier oben auf dem Eck, schön, ja. Ganz klasse. Drück nochmal den Schalter. Ja. Du musst hier drauf, hier drauf springen. Dazu brauchst du diese Teile da. Und jetzt soll ganz schnell hierher hüpfen. Hier hin. Aua. Nein, du musst hier hüpfen. Hä? Hier. So, dahin kommen wir nicht. Nö, kommen wir gar nicht. Das ist sehr dumm. Ja, ich versteh jetzt nicht, wo wir überhaupt hin sind. Ja, ich auch nicht. Versteh ich jetzt gerade gar nicht. Warte, ich geh nochmal. Ähm. Nein, der war knapp. Mal denken. Mh. Ui. So. Da oben ist eine Redstone-Fackel. Ich glaube... Die müssen wir hier hinsetzen. Ich glaube, der Lucky-Server, der kommt davon... Ah, da kommt man hoch. ...dass ich den Server am Laptop hoste und dass der Laptop hier unten nicht den besten WLAN empfangen hat. Sollte sich aber dann wieder ändern, wenn ich dann wieder oben in mein Zimmer bin. Hier oben ist eine Redstone-Fackel. Ja, dann hol sie mal runter. Nimm die mal mit. Die blauen dürfen wir hier abbauen. Ja, ich kann die nicht abbauen. Ja, dann... Ja, deswegen sind wir im falschen Game-Mode hier. Achso. T... T-Slash. G-M. Null. Jetzt bin ich wieder auf Survival. Jetzt habe ich die Redstone-Fackel. Jetzt geht das Teil hier zu. Okay. Ja, jetzt musst du sie hier hinsetzen. Hier, da. Das ist eine gute Animation hier beim Abbauen. Aua. Aua. Okay. Was hat sich jetzt getan? Ah, das hier ist ausgefahren. Nee, das ist runtergekommen. Nee, was jetzt? Klasse. Ähh. Warte mit. Silke kann auch gar nicht runterkommen. Wie will man denn Zäune bewegen? Na,a, ist es unten hochgekommen, ja. Andeh. Also, wir müssen jetzt... hinterher bei das ist ja irgendwie wie zählert ich sollte meine zählert wenn schon mit machen da gibt es auch so geilen m Prozent Prozent zählst zählst zählert rente adventure kraft heißt er und da gibt es eine um eine zählert die ist richtig cool habe ich schon gemacht wird so auf alle Fälle irgendwann mal letztlich von geben und ist du weshalb ich weiß nicht wichtig ist dann einordnen soll weil jeden Teil weil zweimal minecraft ist doof und zweimal minecraft und was anderes ist auch doof deswegen weiß ich noch nicht wie ich das dann mache wahrscheinlich wird dann LPG mal irgendwie pausieren oder so keine Ahnung so und wir laufen jetzt hier einfach mal dort geradeaus durch hier auch keine Ahnung wie lange dieser Tumult hier geht ja wahrscheinlich dass ich das nächste Mal sterbe und die Kurschen voll hab und dann einfach gesagt nötig gibt es kein Bock mehr mehr so wir wollen einfach mal hier runter klatsch auf den Mund so wird die sich in die Leitern er hat nichts mehr und schöne Fackel und macht die Mulder ja da was machst du denn da funktioniert nur wenn wir zwei haben oder hierhin hmm warte einfach vielleicht lackt das Server auch nur hmmm jein bevor wir jetzt hier runter gehen gucken wir erstmal ob wir irgendwo Leitern sind ne da kommst du nicht mehr hoch ja und hier kommst du jetzt auch nicht mehr hoch was soll der Scheiß denn jetzt also aber keine andere Wahl ach so Lava Lava Balava da oben ist jetzt so ein Fackel hier ist auch noch Strom hier ist ein Schild Schild drauf steht da must restore battery to power core to operate ah das ist dann Hilfe Hilfe das will ich da raus ich will nicht sterben das ist ein Piston äh oh das geht aber nur allein geht das nicht ne weiß nicht warte mal wenn wir jetzt hier ne Fackel machen und jetzt den Knopf drücken gehen wir beide wir müssen uns hier in die Mitte stellen Aua wie geil ist das denn du musst sofort vorlaufen boah das gelackt jetzt was machst du bleib hier unten einfach stehen du musst dich in die Mitte stellen wer denkt sich denn so ne kranke Scheiße aus ey ganz ehrlich ja he 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 und was war das jetzt egal mach's auch mal ja wie jetzt hä der Block ist weg ha ich kann da rein sehen ach jetzt nicht mehr hm Mh... Ach ja, das übliche Blind-Spielen halt, ne? Das ist halt immer diese Sache bei uns. Nein, aua! Der hat weh getan. Hochgehen, je. Ja, ich darf wieder nicht mit, oder wat? Doch. Aber da kommt man nicht hin. Dann sollten wir mal hier drüben versuchen. Häpp. Lava. Scheiße. Lava. Äh. Balancieren über den Lava-Felsen. Ich frage mich, was ich hier als Thumbnails benutze. Bin ich jetzt auch endlich mal gefragt, wann es so weit ist, wann mich immer noch die Thumbnails anspricht, weil ich ja kein richtiger YouTube-Partner bin. Ach, hier können wir ja wieder hoch. Jetzt können wir hier hoch, ne? Wo? Ja, hier ist ausgefahren jetzt. Ja, ich bin ja schon weiter wie du. Ich meine, wir können hier wieder hoch, meine ich. Wieder zurück können wir. Wo bist du? Ja, nee, ich habe gerade hier eine Redstone-Fackel aktiviert. Ah. Ja, dann können wir die beiden ja hier hoch tun jetzt. Ja, Aua. Wo kommt das denn jetzt? Ich mach hier irgendwie fast nix. Ja, das ist ausgefahren. Och, Mann. Du musst jetzt aber wiederholen, dann. Aktivieren. Ah, nö, dann nicht. Okay, dann bleiben die da. Hm. Was jetzt? War's das schon? Okay, das war's. Geil, gut. Ist das nicht verarschend, oder was? Okay, das war's. Ich gucke euch auf Protest extra nochmal hier drauf, wo nix passiert. Auch gut. Okay, äh, lustig. Da ist was passiert. Das war jetzt anscheinend doch die Demo-Version. Ja, das war echt super. Super Let's Play. Okay, hier Kuchen. Wir haben Kuchen. Anscheinend Sport passieren. Kuchen. Ja, Kuchen. Kuchen. Das ist der Portal-Kuchen, ne? Ja, das hat einen Koppel gemacht. Egal, ich spring. Tschüss. Äh. Ja, das war doch... Ah, hier, Post your fastest time to complete this map. Es war auf jeden Fall eine super Demo-Version. Wir hatten sehr viel Spaß und ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Bei dieser einen Folge mache ich dann so ein... Ich verstehe nur nicht, warum das jetzt die Demo ist. Und auf der Map, äh, auf der Seite steht einfach nur Logik Co. Tja, so genau weiß das wohl niemand. Das war jetzt ein Let's Play, das nur 15 Minuten geht. Und, ähm, das ist eindeutig das kürzeste Projekt, das ich je gemacht habe. Und... Aber wir wussten es auch nicht, ne? Etna wünscht euch dann noch viel Spaß auf der K-Cafs Channel und, ja. Ja, bei meinem Channel auch, ne? Ja. Oder nicht? Ja, natürlich. Ah, ja, dann ist gut. Hm. Gucken wir uns nochmal die Map hier so ein bisschen. Gut, ich fall jetzt hier mal runter. Oder geht das überhaupt? Aua. Geht sogar. Aber zurück kann man nicht mehr. Schade. Ich hab Geheimgang gefunden, ne? Wo bist denn du jetzt? Keine Ahnung. Ah, die Retschanschaltung. Genau, wir zerlegen jetzt hier einfach mal die Map noch ein bisschen. Ne, aber bevor das jetzt hier zu sehr jetzt noch ausartet, ja, bedanken wir uns jetzt für das Anschauen dieses kurz, dieses kurzen Let's Play oder Let's Test oder wie ich das jetzt auch immer nennen werde. Keine Ahnung. Ihr werdet es ja dann sehen. Also, wie gesagt, wir wussten gar nicht, dass es jetzt hier nur eine Demo ist. Ja, da stehen, Mano. Das wird jetzt keine Ahnung. Aber nein, ja. Also, Leute, bis zum nächsten Mal dann, wenn es wieder heißt, irgendwie Let's Play Adventure Map, weil vielleicht machen wir noch eine, vielleicht auch nicht. Und, ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Tschüss. Das war es jetzt, ne. Vielen Dank.